Geben die Toilette in Roblox! Heute auf diesem Kanal und meine Freunde, ich hab da was richtig Lustiges und Cooles rausgesucht. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like da, wenn ja, viel Spaß, Kuss, wir gehen rein und let's go! Was ist das für ein Spiel? Ich kenn die Games nicht. Wir zocken heute auch mit Community, also macht ganz entspannt. Ähm, lasst euch aber nochmal kurz gucken. Der Stream ist auch schon ab. Sehr, sehr geil. Oh, Junge, ich hab den langsamen Modus für den Chat nicht drin. Mods, es tut mir leid, Mods, es tut mir leid. Perfekt. Danach streamen wir hier. Hier geht's später auf den Roblox-Kanal. Ich hab euch verlinkt. Okay, danach, da geht's später hin. So, wir gehen rein, play. Wo bin ich? Betsy's Shop, Gravity Coil, Grapple Hook. Digga, man kann sich Doritos holen. Ah ja. Game Pass, Radar. Maximal Stamina. Chillig, kaufe ich. Ich hol. Auf Chillig. Zweifacher Ausdauer, klingt gut. Nehmen wir mit. Was haben wir noch so? Lantern, Sword. Bin ich tot? Ne. Doch, ich wurde gerade, ich bin gerade gestorben. Da ist eine Taschenlampe dabei. Leute, wollt ihr diese Sicht, wollt ihr diese Sicht, dass wir diese Sicht spielen? Oder sollen wir diese Sicht spielen? Das ist dritte Person. Das ist erste Person. Sollen wir erste oder dritte Person nehmen? Was meint ihr? Was gibt's für Badges? Creator, Fancy Meetings and Developers. Mhm. Ah ja. Den hab ich gefunden. Ich hab das Game kurz angetestet. First Person? Ja. First Person. Okay. Digga, Licht geht auch an. Was ist das für ein Game? Wir gehen rein, Lobby, Level 1. Let's go. Hallo? Bin ich schon drin? Was ist das für ein Spiel? Bin ich in den Backrooms gelandet? Moment. Das gehört? Ich geh kurz wieder zurück. Ich nehm mal die Maus raus kurz. Damit wir, weißt du? Moment. Einmal die Maus kurz rausnehmen. Perfekt. So, jetzt hab ich die Maus hier nämlich rausgenommen. Die nervt dann so ein bisschen. Alright, wir gehen rein. Hallo? Skibbidi? Skibbidi? Bob, 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 Bob. Ich seh nix. Hier passiert aktuell nix. Taschenlampe geht zwar an. Ton ist richtig laut gefühlt. Aber ja. Moin. Leute. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl, ne? Hallo? Hallo? Hier ist doch jemand. Hier ist doch irgendwie jemand. Da wird gleich irgendwas... Oh, wo verlaufen die denn weg? Was ist das hier vorne? Wer ist er denn? Bro ist der Stein. Erfolg bekommen. Mhm. Hallo? Ist es hier nur langweiliges Game? Kein Content, nix? Ist es alles hier sehr langweilig? Psst. Ich hab was gehört. Hallo? He, 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 he. Gott, hast du mich erschrocken. Herzlich willkommen. Danke für zwei Monate. Kuss an mein Mod. Irgendwo soll hier... Ich hab wieder was... Ich hab was gehört. Wieder. Wie groß ist es? Passiert hier noch was? Läuft mir irgendjemand hinterher? Das kann doch nicht sein, oder? Leute, verbuggt. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken uns doch eine Minute um, ansonsten gehen wir raus. Direkt. Hallo? Da war wieder ein Geräusch. Komme ich hier irgendwas näher? Was ist das? Der Room sagt mir was. Junge, hier ist einfach ein Auto drin. Ah ja. Hört ihr das? Psst. Psst. Ruhig. Da ist was. Das kam von der Seite. Hört genau zu. Oh oh. Oh oh. Hallo? Hallo? Wer ist denn hier? Digga, was ist das? Wer redet da? Moin. Was ist denn hier? Ich hör da was, Leute. Ich hör da was. Nein. Das kommt hier von irgendwo da drüben her. Wir gehen gucken. Was ist da? Wir hören da was, Leute. Wir hören da was. Okay. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das gewollt ist. Was ist hier? Oh nein. Ich bin sehr nah dran. Da. Was ist das? Was ist das? Leute, wollt ihr mich hops nehmen, oder was? Nein, Digga. Oh oh. Oh. Okay. Vorsichtig. Wir haben da was entdeckt. Aber das ist der Skibbiddy-Typ, ne? Der Originale, oder? Skibbiddy-Dop-Dop-Dop-Dop-Daradarap. Wow. Kommen die mir hinterher? Ne, die machen nichts. Moin. Alter, wer ist er denn, Mann? Guck dir den mal an. Also, was ist das denn? Leute, wollen die mich hops nehmen, oder was? Was ist denn hier? War das schon? Okay. Dann würde ich doch sagen, gehen wir gleich ins nächste Game, oder? Ich gehe doch mal einmal ganz kurz hier rüber. Brrrr, Skibbidi, yes, yes, stop, stop. Okay. Also viel ist in dem Game nicht zu holen. Dann gehen wir mal ins nächste. So, wir wollen uns ja auch nicht zu lange mit sowas aufhalten. Wir haben hier TV-Man, Skibbidi-Toylet gegen Kameramänner und Sprecher. Wir gehen mal rein. Wir gucken uns das mal an. Junge, was geht denn hier ab? Alter, was ist das denn? Hä? Ich habe irgendwie so das Gefühl... Bruder, meine Maus. Meine Maus geht nicht. Junge, was passiert hier? Was ist denn das? Ich muss hier ganz schnell raus. Ich muss hier ganz schnell... Ah, jetzt. Okay. Das ist der Exit, oder was? Alter Schwede, was war denn das hier gerade? Das ist der Exit? Ich bin in der Stadt. Hier ist eine Toilette. Hallo? Digga, ich mache dem Damage, oder was? Oh, hier hat jemand Geld fallen. Oh, vorsichtig. Ich verstehe noch nichts. Da ist doch eine Toilette. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein, lass mich in Ruhe. Dankeschön für die Dodo. Mikata. Ey, was ist hier los? Was ist das denn für ein Game? Kann man die Toiletten spielen, oder was? Das wäre richtig krass. Okay, Leute, wir gucken uns das mal an. Äh, 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 überall sind Klos. Okay, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir die, wenn wir die wegmachen. Oh, Junge, der zündet ordentlich rein, der Hit. Okay, was ist das da hinten? Der kriegt auch Damage anscheinend. Können wir die umlegen? Ey, die haben alle diese gleiche Musik. Okay, was passiert, wenn ich mich jetzt erstmal umlege? Dass hier keine Lobby ist, oder so? Oh, hier gibt's den Lobby. Können wir Toiletten spielen? Können wir das echt machen? Was geht denn hier ab? Wir müssen schnell sein. Rocket Toilet. Bleib 145 Minuten in dem Spiel. Jo, was geht denn hier ab? Alter, guck dir den mal an. Ich, ich bin jetzt die Skibbidi Toilet. Jo, wie die übertreiben. Hä? Es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Ich komm sofort. Was ist denn hier los? Schild mal ein bisschen. Oh Gott. Junge, ich weiß nicht, was hier passiert grad. Hallo? Oder ich wollte so überfahren, Alter. Digga, diese Musik, die ist einfach zu laut, ne? Das Ding ist, ich hab auf kleinste Lautstärke... Das war's. Puh. Puh. Okay, ich muss die grad voll durchziehen. Ähm, wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier rausbekommen, wenn wir die Police Toilette nehmen. Was geht denn jetzt ab? Hä? Als ob. Bro, was können wir jetzt machen? Let's go. Oh, okay. Also, je näher wir rankommen, desto mehr Musik wird gespielt. Wir sind jetzt einfach Polizei Toilette. Das klingt mir ja ganz danach, als würden wir jetzt mal einen heftigen Fight auf dem Server machen. Wir gucken uns mal ganz kurz auf der Map um, um gleich mal mit der Community einen richtig dicken Fight zu starten, ne? Was geht hier ab? Hey! Hey! Verdammt nochmal! Jo, warum ist der so schnell? Alter Schwede! Okay. Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Dankeschön für zwei Euro. Vielen, vielen Dank. An... Ich muss kurz gucken. Alana. Vielen, vielen Dank. Was haben wir hier? Was ist das denn? Hä? Bro, wer ist er denn? Oh, ey, ich bin tot! Hallo! Ich check gar nichts mehr. Alter, Digga, dieses Game, sehr kompliziert. Wir können Kameramann werden. Ich jetzt Kameramann? Hey, ich will Kameramann werden. Kann man mit dem was reden? Skibidi-Dop-Dop-Yes. Hallo, wo bin ich? Digga, was ist das denn? Lass mich dir erzählen, was hier passiert. Was muss ich tun? Leute, ich check... Ich check gar nichts, ne? Wir könnten TV-Man werden! Oh mein Gott! Ich bin Kameramann? Alter, Leute, ich bin jetzt ein Kameramann, oder was? Alright. Wenn wir Toiletten sind, okay, Digga, das ist natürlich sehr geil. Das heißt, wir können hier in der Community eine richtig fette Schlacht machen zwischen Toiletten und Kameramännern. Okay. Und wir haben sogar die Möglichkeit, TV-Man zu spielen. Das finde ich gut, muss ich sagen. Ähm, wir können sogar mit den Leuten hier anscheinend sprechen. Also total krass. Man kann hier einfach dann so Sachen auswählen unten links. Voll wild. Gut. Wer... Wollen wir mal einen Server aufmachen, oder was? Lass mal einfach einen richtig fetten Server aufmachen jetzt. Alle Leute, die auf Discord sind, macht euch schon mal ready. Ich schick gleich rein. Ich muss nur einmal kurz gucken. Hier kann man... Ey, Zwillingsbrudi, hör auf zu nerven, bitte. Ich hasse es. Ich hasse es. Du wirst es genau wissen. Chill doch einfach mal deine Base. Lass uns mal schauen, was jetzt hier Phase ist. Wir haben Blitzlicht. Dankeschön! Dankeschön! Wow! Vielen, vielen Dank für die Dodo. Kuss! Haben es geschafft, sind dabei Ben-Jonah freut sich, dass wir dich endlich wieder live sehen. Ey, ich auch, ne? Schaffen es leider nicht immer, aber schauen trotzdem später immer deinen Stream. Ich war auch so lange nicht am Start. Dankeschön, Dankeschön. Ich war sehr lange nicht da. Ich weiß, Urlaub hat echt brutal reingekickt. Aber was soll ich sagen? Ich bin jetzt am Start. Ich freue mich natürlich auch. Und ich bin selber... Ich muss auch erstmal wieder im Stream ein bisschen klarkommen, ne? Lasst mich einmal kurz schauen, Leute. Oh, jo! Digga, es ist ein Destinant... Instant tot. Die Toilette ist eliminiert worden! Was wollt ihr denn? Komm, Junge! Ich mach dich easy. Ich muss die Stadt säubern. Ich muss die Stadt säubern. Leute, wir gehen hier rum. Alter, ist das dein Ernst? Wie cool ist das denn? Würde ich feiern, wenn die noch so... Oh! Superkräfte hätten. Nein! Oh, Digga, der Typ, der macht halt One-Hit, ne? Er ist einfach zu strong. Okay, was wäre, wenn wir der Titan-Cameraman sind? Oh, Junge! Wir könnten den Game Pass ziehen. Dann können wir alle spielen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Hast du kein Mikrofon? Ja, doch. Hab ich, Digga. Kannst du mal... Danke. Perfekt. So. Lass mich mal gucken. Was haben wir denn hier? Speaker, man? Oh, Junge! Okay! Wir machen den Server auf. Ich will eine richtig dicke Schlacht in der Stadt jetzt. Leute, wir machen jetzt einen verdammten Server auf. Ich hab sehr Bock. Ich hab richtig Bock, Digga. Let's go. Komm, wir gehen einmal rein. Ich mach gerade den Server auf. Denomee Army. Da seh ich euch gleich drin. Alle Leute, die jetzt auf Discord sind, kriegen jetzt einen Link von mir. Privater Server-Link. Uno momento, por favor. Ich schick jetzt den Link in Ready2Move. Ihr könnt einfach beitreten. Ich zieh euch dieses Mal nicht rein. Es sind alle da, die dann da sind. Okay? So. Es geht rein. Ich bin gespannt, wer gleich kommt. Wir treten bei. Wie heißt das Spiel, Denno? TV-Mens. Gebe die Toilette gegen Kameramänner und Speaker. Also wir werden jetzt... Wir werden jetzt eine richtig brutale Schlacht imitieren. Ich hab sehr Bock. Nimm keine Toiletten. Kommt erstmal rein. Macht euch erstmal ganz entspannt. Okay, weil wir brauchen jetzt ein richtig fettes Team. Geht mal alle über Exit. Auch du, mein Bester. Wer ist das? Okay. Ich geh mal ganz kurz. Ich muss einfach den Room wechseln. Jo, was geht. Also, ich bitte jeden darum, sich nicht zu entmuten. Sollte das passieren, kriegt ihr einen Bann auf diesem Server. Ich hoffe, wir haben uns da verstanden. Kommt gerne einmal nach draußen, dass wir gleich gucken, wie viele Leute wir sind. Und dann schauen wir mal weiter. Bei dem einen oder anderen wird es halt nicht gehen. Aber ja, das ist halt nun mal so. Leute, wenn ihr mitzocken wollt, müsst ihr auf Discord kommen. Auch für den Stream einmal. Okay. Lasst uns am besten... Wir gehen mal ein Stückchen hier rüber, dass wir uns mal so ein bisschen aufstellen können. Okay. All right. Wie viele sind wir? Wie viele sind wir? Digga, ist einfach schon ein TV-Man, ne? Beast Gaming. Hat einfach sich schon in ein TV-Man verwandelt. Sehr, sehr cool. Okay. Wir sind eine ungerade Zahl. Also, will jemand von euch Toilette spielen? Dann bitte nach vorne laufen. Zwillingsbrudi. Noch jemand? Will noch jemand eine Toilette spielen? Dann würde ich sagen... Ach, jetzt? Jetzt auf einmal oder was? Jetzt auf einmal? Okay, Digga. Ich vote raus. Ich vote jetzt raus. Geht mal wieder eine... Außer Denos Zwillingsbrudi. Du kannst schon stehen bleiben. Jamie FN. Willst du Toilette spielen? Okay. Dann West Ice und Bad Power. Die auch. Und der... Okay. Wir sind zu viert. Perfekt. Wir spielen so. Wir spielen so. Mandalore. Du kannst ja entscheiden. Bei mir ist Kameramann, TV-Mann und so. Und andere Seite ist Toilette. Ich habe gesagt, es gibt einen Bun. Wer hat hier gerade geredet? Das letzte Mal. Oh, Moment. Ich bin gleich da. Ganz kurz. Ihr müsst einmal bei mir mit in dem Kanal einer von euch overwatchen. Sollte da irgendjemand quasseln, gibt es direkt einen Permanent Bun. Alles klar? Ja, kann ich machen. Perfekt. Okay, dann. So. Alright. Das sollte passen. Ihr geht jetzt... Macht euch als Toilette fertig. Wir gehen zurück und machen uns das Kameramann. Und dann werden wir hier uns gleich wieder treffen. Seid ihr bereit für eine unglaublich krass Schlacht? Ich habe sehr Bock. Okay, Leute. Wir müssen ganz schnell zurück. Wir gehen hier in die Kameramann-Area rein. Und verwandeln uns. Aua. Oh, der ist hart weh. So, Leute. Wen spielen wir? Wen sollen wir spielen? Wen sollen wir spielen? Chat, schreibt mal rein. Wen sollen wir zocken? Ich wäre ja für... Wir machen erstmal einen Entspannten. Ich glaube, wir machen... Wir machen... Wollen wir Radioman nehmen? Mega-TV-Man? Oh, Junge. Ich weiß ja nicht. Also, TV-Man würde ich als letztes zocken. Der wird wahrscheinlich auch noch ordentlich kosten. Speakerman, please. Okay. Speakerman. Let's go. Ich verwandle mich in Speakerman. Alles klar, Mann. Wo sind meine anderen Rekruten? Es sind zu viele gerade in dieser Lobby. Es müssen einige Leute Toilette spielen. Denkt dran. Wir brauchen einen fairen Fight. Boah, Junge. Wir sind echt sehr viele. Okay, Digga. Das passt eigentlich. Alright. Dann gehen wir mal auf die Straße. Ab in den Exit. Wenn ihr verwandelt seid, bitte nur als Kameramänner oder sonst was verwandeln. Wir gehen hier rüber. Straight in Exit. Noch nicht fighten. Die Toiletten teilen sich jetzt am besten auf. Okay. Wir sind in der Stadt, Leute. Es geht los. Es geht los. Seid ihr bereit? Holt die Waffen raus, Leute. Wo sind die verdammten Toiletten? Junge, wie cool. Digga, das ist jetzt so geil, Mann. Ich hab sehr Bock. Wo sind sie? Wo sind sie? Ey, wir sind zu viele. Wir sind zu viele. Ihr müsst mehr Toiletten sein, Leute. Ihr könnt nicht alle Kameramann spielen. Das geht nicht. Das geht nicht, Digga. Wir müssen das schon fair machen. Drück mal einmal Tab oder so und guck mal, wie viele Toiletten wir haben. Es sind zu viele, Leute. Wenn wir jetzt nicht genug wären, dann muss ich leider gleich Leute rausholen. Dann muss ich das leider gleich anders machen. Wenn wir uns jetzt nicht vernünftig aufteilen, dann Pech. Wir können später nochmal Team swappen. Kein Problem. Wo sind die Klos? Kommt raus, ihr verdammten Loser. Da hinten. Da ist schon das erste, Mann. Junge, rauf fetzen. Digga, die Toilette ist kaputt. Einfach zerstört, Leute. Ah, okay. Bewegt die sich? Boah, was ist hier denn los? Raum auf die Toiletten. Macht sie alle fertig. Let's go. Wo seid ihr, ihr Loser, hä? Folgt den Fallen, Männer. Da hinten ist noch einer. Okay, Digga. Das Ding lasert auf jeden Fall auch richtig brutal durch. Aber wo haben wir unsere Toilettengegner? Da hinten, glaube ich. Leute, ich glaube hier. Bin mir nicht sicher. Vorsichtig. Ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie noch nicht. Oh, oh. Wo sind die? Oh, oh. Ich habe noch keinen gesehen. Alle. Okay, ich gehe wieder zurück in die Base. Ich gehe wieder zurück in die Base. Ich gehe jetzt als Toilette rein. Let's go. Ähm. Wie? Warte mal. Ich muss mich, glaube ich, einmal zurückverwandeln. Ja, Bobby, zieh durch, Digga. Verwandle dich als Klo. Und let's go. Ey, kann man nicht noch bessere nehmen? Aha. Police-Toilette. Police-Toilette ist auch gut. Leute, wir gehen, wir gehen für die, ähm. Oh, Junge, ist das laut, Digga. Ah, ist das laut. Ist das laut. Okay, das passt. Wir nehmen die. Rein in den Exit. Rein in den Exit, Leute. Jetzt ist ausgeglichen. Angriff! Ich will jetzt die Toiletten-Avi sehen. Okay. Das, äh, dürfte auf jeden Fall schon besser laufen. Der, einfach noch Polizisten dabei. Da hinten läuft schon einer. Habt ihr's gesehen? Wo sind die verdammten Kameramänner? Kommt zu Papa. Leute, wir greifen deren Base jetzt einfach an. Folgt einfach rein. Komm. Wir müssen die suchen. Ich weiß noch nicht, wo die gerade sind, ne? Wir laufen einfach den Pfeilen hinterher. Was ist das da hinten? Da hinten sind sie! Angriff! Uff. Ey, wir müssen, wir müssen mit der Masse sein. Wir müssen mit der Masse sein. Ah! Hilfe! Angriff! Kommt schon! Nein, ich bin zurück! Oh mein Gott! Ich bin schon direkt dead. Alright. Ich nehm die Policetoilette, Leute. Die ist schneller unterwegs. Die ist schneller unterwegs. Ach, verdammt! Ich bin jetzt Kameramann gewechselt. Ey, wollen wir nicht... Ey, wollen wir nicht... Egal. Egal! Wir machen das. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Die armen Toiletten, Digga. Jetzt wird's eklig. Bruder, ich hab den gezogen. Ich muss... Ich muss dem Game rejoin. Es geht nicht. Ich muss dem Game rejoin. Klein Problem. Ich will sehen, was passiert, wenn wir diesen riesen... Wirklich diesen riesen Speaker nehmen. Was passiert hier? Hallo? Ey! Ach, Bro. Also, was soll das hier schon wieder? Ich bin immer noch stuck. Ich bin immer noch stuck. Immer noch. Bruder! Ich muss hier ganz schnell raus. Digga, was geht denn jetzt ab? Leute, let's go! Jetzt werden wir überfahren. Wo sind sie? Alter, guck dir mal an, wie groß ich bin. Bruder, das ist ja... Den kannst du doch gar nicht spielen. Den kannst du doch gar nicht spielen! Ey, Junge! Was geht denn jetzt ab? Okay, dann wollen wir mal. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal... Ich höre, es ist schon fighten da drüben. Da sind die Toiletten! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts, Leute! Bruder, was passiert hier? Ich... Ich kann... Boah, Junge! Scharfschützengewehr. Ey, ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen, Digga. Ich kann echt nichts sehen. Ich bin einfach nicht... Alter, ist das krass. Digga, guck es dir an. Können die mir überhaupt wehtun? Können sie nicht. Ich bin unbesiegbar, Leute. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall noch nicht so gut optimiert, Digga. Das muss ich tatsächlich sagen. Oh, schade, ne? Aber der ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, Mann. Also der bockt auf jeden Fall schon mega. Guck dir das an. Hä? Was ist das denn hier für ein Mini-Klo? Ich weiß echt nicht, was wir tun, ne? Okay, wir müssen aber den Charakter zurücksetzen. Die 400 Robux waren echt sehr gewastet, Leute. Er hat ihn auch gezogen, ne? Aber der bockt nicht zu spielen. Ich sage euch, wie es ist. Der bockt nicht. Ich gehe jetzt als Toilette rein und versuche ein paar Kameramänner-Hops zu nehmen. Was haben wir hier? Können wir die Toilette nehmen? Ey, wir müssen 45 Minuten im Spiel sein, ne? Musst du noch mal laden? Nein, Digga. Ich muss den Safe noch nicht laden, oder? Safe nicht. Ich nehme die Toilette auch nicht. Oh, Bruder, das ist... Digga, das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Das sollten die echt mal ein bisschen anders machen, ne? Okay. Okay. Es geht los. Wir holen uns jetzt die Kameramänner. Es ist schon wieder so warm im Studio. Wir können uns durch diese Städte hier so ein bisschen mogeln. Auch für entspannt. Wir müssen halt nur gucken, wo die goldene Statue ist. Ich höre die Shots aus der Seite. Okay, gucken wir mal. Wir können bessere Toiletten spielen, je länger wir in diesem Game drin sind. Nehmen wir mal vorsichtig rein. Da hinten. Hallöchen, Kollege. Oh. Angriff. Mach ihn. Jawohl. Wir haben ihn getötet. Er ist weg. Alter, ich bin fast gestorben, Leute. Guckt euch das hier an, ne? Let's go. Angriff. Toiletten. Und, Digga. Die ganzen Klos... Oh, Vorsicht. Jawohl. Wir haben ihn erledigt. Das war's. Ey, Freunde. Das Game hat schon Potenzial, ne? Wenn man so einen richtig großen Server hat, Digga, geht das eigentlich schon echt gut. Also, das Game gefällt mir bis hierhin schon mal nicht schlecht, sag ich mal. Also, ist in Ordnung. Aber. Wir wollen natürlich mal gucken, was hier noch so geht. Ich würde mal sagen, wir... Also, wir gehen mal zurück und benutzen mal einen Kameramann. Was ist das hier für eine Toilette? Die Rocket Toilette, die kann man halt so schnell nicht zocken, ne? Dafür muss man schon ein bisschen in dem Game auf jeden Fall drin sein. Wir nehmen uns mal einen Kameramann. Ich will unbedingt mal einen Fight gegen die Toiletten haben. Hier. Wir nehmen Radioman. Der ist groß. Der Radioman. Aber leider auch unbeweglich. Was können wir noch nehmen? Cameraman Titan. Nehmen wir nicht. Wir nehmen den Speakerman. Den ganz klein. Leute, wir sind klein und auf entspannt. Okay, gehen wir mal hinterher. Können wir auch ein bisschen Pace nehmen? Wo sind die verdammten Toiletten, ne? Wo sind sie? Erledigt. Dankeschön, der Typhoon Strike. Oh Gott, wir haben da hinten ein bisschen Problem, was? Ho. Angriff. Oh, oh. Ich höre ihn. Oh, 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 oh. Erledigt. Mach die Klos fertig. Oh, 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 oh. Junge. Ich bin getarnt, Leute. Ich bin getarnt. Ey, viel zu viele Cameramans, man. Leute, ihr müsst ein bisschen chillen. Okay. Okay. Da hinten kommt noch einer. Okay. Feuer, lasst euch nicht. Oh Gott, unser Kollege hat dann Probleme. Der ist sowas von dead. Ja, Mann. Den haben wir erwischt. Erledigt. Auch den haben wir erwischt. Wie viele Toiletten haben wir noch? Ihr müsst geschlossen angreifen, Leute. Ihr müsst alle zusammen angreifen, wenn dann. Okay, mal gucken, was geht hier ab. Oh Gott. Erledigt. Yo, Alter. Wie viele? Wir haben die Stadt unter Kontrolle, Leute. Auf ganz geschmeidig. Okay, das hätten wir erledigt. Junge, wie viele das jetzt mittlerweile sind, ne? Ey, es sind nur fünf Toiletten da. Leute, das ist ein bisschen unfair, oder? Schon ein bisschen, oder? Wir gucken mal, was wir damit so erreichen, wenn wir... Können wir die Toilette killen? Oh Gott. Puh. Knappe Kiste. Oh oh. Noch mehr Toiletten. Nein, einer ist gefallen von uns. Verdammter. Ich nehme die Pumpkin. Ey, Digga, die werden immer besser, die Leute. Oh oh. Oh oh. Bruder, der hat ihn gleich... Nein. Ah, wieder jemand tot. Okay. Die Teams balancieren sich momentan gut aus. Finde ich gut. Junge, wie der läuft, Alter. What the hell? Erledigt. Erledigt. Oh, das war richtig knapp, Leute. Wo sind denn die anderen? Oh Gott. Der Wissenschaftler. Erledigt. Alter Schwede. Der war auf jeden Fall auch sehr gefährlich. Ihr seht schon, ne? Wir sind mittlerweile nur noch fünf. Wir sind mittlerweile nur noch fünf. Digga, die haben die Toilette... Oh Gott. Puh. Die kleine Toilette ist sowas von stressig, Mann. Leute, wir sind... Leute, helft mir. Oh. Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Digga, finde ich gut. Das Game gefällt mir sehr, sehr nice. Dankeschön an Naddy. Vielen, vielen Dank, für einen Euro 50. Man kriegt ihn auch einfach nicht rein, ne? Er ist weg. Junge, so... Oh, was ist das denn? Angriff! Die Boss Toilette! Nein! Digga, wie viel Leben hat die? Oh Gott! Erledigt. Ich bin tot. Oh nein, Leute. Es wird Zeit. Aber wir können den Speaker Man Titan halt nicht nehmen. Er bringt uns nicht viel. Das ist das Problem, Leute. Das ist das Problem. Wir können den Speaker Man Titan leider nicht zocken. Ey, jetzt wird's langsam echt schwer. Wir gucken mal, wenn wir den TV Man spielen. Was bringt uns der? Geh mal rein. Ich kauf den einfach mal. Puh. Schwitziges Game. TV Man, wir können ihn... Ich weiß gar nicht. Haben wir den jetzt ausgerüstet? Ich glaube, ich muss rejoin. Ich glaube, ich muss rejoin. Den würde ich auf jeden Fall gerne noch mal ganz kurz testen. Wir gehen gleich rüber auf den anderen Kanal, Leute. Und da zocken wir noch mal ganz, ganz chillo. Leute, habe ich was verpasst? Nö. Eigentlich bisher... Äh... Erstmal gucken wir ein bisschen in Skibby-D-Games rein. So. Können wir TV Man jetzt mal nehmen? Das backt manchmal so ein bisschen, ne? So. Uff. Crazy, Leute. Was macht hier eine Toilette drin? Was macht hier eine Toilette drin? Weg! Leute, ich bin TV Man. All right. Let's go. Let's go, Leute. Undercover unterwegs. Wir müssen schnell zu unserem Team. Ich glaube, die sind da hinten. Wir haben das Schienengewehr. Auf das schwöre ich. Auf Klo muss die. Oh, oh. Mit Pistole geht aber auch gut. Muss man sagen. Leute, wo müssen wir hin? Ich muss ganz kurz gucken. Wo sind unsere Teammates? Die Toilette verfolgt uns! Vorsicht! Erledigt. Verdammter! Was haben wir hier noch? Digga, wo ist der Platz, wo sich alle fighten? Ich weiß es nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Bringt uns hin. Es wird dunkel. Matteo, Mann. Wo ist der Platz? Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe, Leute. Warum ist der so am Durchziehen? Toiletten können laufen? Ach, Tessa. Frag nicht. Ich höre was. Hört ihr das? Junge, wie viele Toiletten wir mittlerweile als Gegner haben. Es wird richtig schwer. Da hinten. Habt ihr es gesehen? Da sind sie. Die bewegen sich. Feuer! Oh Gott! Die Toiletten greifen uns an. Hilfe! Eine erledigt. Verdammt, Mann. Erledigt. Oh, Junge. Was ist hier hinten los? Leute, wir haben ein Problem. Oh, oh. Oh, oh. Nein! Unser Bait! Oh. Digga. Wer ist er denn? Das Riesenklo. Hi, schreibt er. Hi. Gar kein Bock auf dich, Bruder. Verzieh dich. Junge, wie viel Leben hat das Ding? Erledigt. Alter Schwede, was ging hier gerade ab? Ey, ich bin doch nur... Okay, die Toiletten sind auf jeden Fall weg. Wir sind wieder auf dem Platz, Leute. Wir haben uns vorgekämpft. Aktuell alles entspannt. Oh, oh. Die haben mich gesaved, Mann. Die haben mich gesaved. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe ihn direkt one-shotted, Leute. Let's go. Let's go. Was wollen die? Nein. Guckt euch das an. Wir sind so geliefert. Ey, guckt euch Leben oben an, ne? Komplett knapp. Wir sind dead, Leute. Wir sind dead. Oh, Gott. Aber mit TV-Man schockt auf jeden Fall zu zocken. Muss ich schon sagen. Macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Tja, Leute. Das war es wieder mit einem weiteren Livestream auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn er hat. Danke für's susendickes Küsschen. Dano out.